Du, Lachen ist gesund, egal in welcher Situation. Het regnet, het regnet und sauwetter. Da sitzen zwei ältere Frauen am Fenster und schauen hinaus auf den Wald. Und pisst, regnet und stürmt. Da sagt die eine, die armen Vögel im Wald. Haha, sagt die andere darauf, das stimmt. Und die reichen im Bett. Hahaha.